So Leute, mal kurz eiserne Bestände eines Open Mashers. Nur mal so zu sehen, was so alles da ist. Tja, so ist das. Und man braucht nicht glauben, dass es nicht weiter geht. Ja, Zukunft. Die Zukunft. So sieht es dann in der Futterküche aus. Nicht, dass da nicht auch noch was wäre. Und da hinten Kühltruhen ohne Ende und noch auf anderen Plätzen Kühltruhen. Also, ihr wisst es mehr, was so ein Züchter und ein offener Mascher so alles so haben muss, damit es weiter geht, als solches hier wird es äußerst schwierig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.